grüßt euch meine lieben pfeifenfreunde jetzt möchte ich euch eine pfeife vorstellen eine no name pfeife aber ich glaube dass sie irgendwie so dänische art ist die pfeifenbauart irgendwie dänische sorte aber sie ist nicht gestempelt gemachtet nichts aber auf jeden fall ist es eine sehr schöne pfeife ich hoffe dass man es erkennen kann auch schon beraucht worden damals wo ich noch mit filter geraucht habe gutes mittleres füllvolumen und diese pfeife ist mit filter auf jedenfalls eine no name pfeife mit sehr schöner maserung wie ich finde die muss man auch mal gezeigt haben man muss nicht immer von den teuren pfeifen nur zeigen sondern auch andere pfeifen wo es wirklich auch wert ist sie zu zeigen so schaut sie mundt aus es ist wirklich ein schönes leichtes pfeifchen und wie ich meine sehr sehr schön verarbeitet ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer altbett pfeife vielen Dank